Leute, ich wusste ja, dass das Airborne ein großes Fahrgeschäft ist. Aber nicht, dass das so hoch ist. Was für eine Maschine! So, Airborne, zum ersten Mal hier in Karlsruhe auf der Messe. Hätte ich nichts für möglich gehalten, weil in den letzten Jahren nicht so krasse Attraktionen herkamen. Ich dachte ja die ganze Zeit, das liege an diesem Gebäude. Weil ich dachte eher, dass halt wegen diesem Gebäude nichts da stehen könnte. Auch dachte ich tatsächlich, dass... Ich hätte es ja am Anfang nicht möglich geglaubt, dass das hier stehen kann wegen Entfernung und so. Ich dachte, das würde vielleicht in das Gebäude rein krachen, aber nee. Sieht sogar gut aus. Stabil? Also wie stabil, meine ich hier eine stabile Lage. Ist halt... ja...